Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind zu dritt nach Tschechien gefahren und rocken ein bisschen die Tutruftrails. Wir sind schon ganz doak. Echt warm heute hier. Wir haben wieder einen Tag mit über 30 Grad. Aber man hat was anderes. Wie sieht das aus? Was fahrt ihr denn für Reifen? Ich habe mir jetzt mal auf meinen Enduro Downhill Reifen gemacht. Hinten von Maxis den Assegai und vorne den Minion. Und will das mal in Ruhe austesten, wie das denn ist, auf dem Enduro einen Downhill Reifen zu fahren. Also bis jetzt fühlt sich saugeil an. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Wie immer, wir wollen nicht lange labern. Wir gehen auf den Trail und ihr seid dabei. So, wir sind jetzt noch in Ruhe. So, wir sind jetzt noch in Ruhe. Ich bin echt überzeugt. Ich bin echt überzeugt. Ich bin echt überzeugt. So, wir sind jetzt nochmal an der Patsche Perspektive. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so sieht. Nur Steine, Steine, Steine und Felsen. Und mittendurch geht eine Strecke. Und einfach ein absolut irres Gelände. So, Lorenz versucht jetzt mal den oberen Teil. Ja! Geil! Oh, fett! Sauber! Ja! Oh! Ja! Halt so viel von der Tiefe! Oh, ready? Ready! Und noch einmal die Boulder, weil sie so geil ist. Und noch einmal die Boulder, weil sie so geil ist. Und noch einmal die Boulder, weil sie so geil ist. Und noch einmal die Boulder, weil sie so geil ist. Und noch einmal die Boulder, weil sie so geil ist. Okay. Und noch einmal die Boulder. Und noch einmal die Boulder. Oh. 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 und habe nach kurzem mehr Vertrauen in den Reifen gehabt wie in den anderen. Wer sich jetzt wundert, dass wir zwischendurch auch immer mal andere Klamotten anhaben, ich nehme für das Video jetzt zehn von drei Tagen, an denen wir gefahren waren. Insgesamt vier, aber vom ersten Tag war es dann schon zu dunkel, um abends noch zu filmen. So, und das ist jetzt in die neue. Warte, 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 warte. Was wollen wir? Achso, der Trail ist closed. So, hier gibt es ein bisschen Neugebautes. Hier ist ein Bunker, ein schwarzer Trail. Und da gibt es eine Linie, die unten um den Bunker herumführt und eine oben drüber. Das ist diese Sektion von oben. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, wie steil das hier runtergeht. Hat doppelt Totenkopf bekommen und ist mal ganz übel. Aber dieser Trail ist noch geschlossen, der ist noch nicht fertig und deswegen respektieren wir das natürlich auch und fahren den nicht. Wir machen uns jetzt auf die nächste schwarze Strecke und haben da Spaß. Ready? Ready. 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 Wie ist das? Ready. Let's go! Okay. See you! See you! Wir sind hier wieder am Trail Mauseloch. Ich versuche es jetzt nicht auf tschechisch auszusprechen, aber es heißt Mauseloch. Ich versuche es nicht auf jeden Fall, aber es ist nicht auf jeden Fall. Sollte Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh, 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 oh Was sehen? Also Leute, die Reifen gehen so gut, das ist unglaublich. Ich weiß, wo ich sonst wieder Rutsch bin, hab ich jetzt ohne Ende den Rutsch. Soll ich den Rutsch. Voll geil, oder? Das war eine schöne Nüche, man macht alles glatt Lasst die Differenzierung Dann schifft auf einen Sprechstet Das war's. So stark. Goal. Ready? Ready. Goal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Ich bin so schnell. Jesus Christus, das ist great. so das waren unsere tage hier in trudenhof hat richtig laune gemacht und wir sind sturzfrei durchgekommen durch die vier tage ich hoffe euch haben die videos gefallen wie fandet ihr denn jetzt die trails richtig geil kann man empfehlen oder klar lohnt sich doch hier hin zu fahren denke ich vielleicht sieht es im video immer nicht ganz so aus aber in realität ist das alles der hammer würde mich freuen wenn ihr ein like da lasst schaut mal wieder rein abonniert den kanal und sag ich mal bis zum nächsten mal bleibt gesund passt auf euch auf tschüss